Wie kann ich meine Präsentation oder eine andere Datei in einer Teams-Besprechung teilen? In diesem Video schauen wir uns an, wie wir eine Datei bzw. Online-Anwendung wie PowerPoint aus dem Browser-Tab in einer Teams-Besprechung teilen können. Ich habe sowohl meine PowerPoint-Präsentation als auch Teams im Browser hier im Edge Chromium geöffnet. Ich gehe in mein Team bzw. in meine Klasse, in der ich nun meinen Online-Unterricht per Video als Teams-Besprechung abhalten möchte und starte die Besprechung. Im Teilmenü habe ich die Auswahl Bildschirmübertragung auf der linken Seite. Hier kann ich meinen gesamten Bildschirm oder einen einzelnen Tab aus dem Edge Chromium teilen. Ich wähle den Edge-Tab aus, indem ich die Dino PowerPoint-Präsentation geöffnet habe. Jetzt sehen wir uns an, wie andere in dieser Besprechung diese Präsentation bzw. meinen freigegebenen Tab sehen. In dem Fall sehen wir auf der rechten Seite das Bild eines Teilnehmenden auf einem Handy. Alles, was ich in diesem freigegebenen Tab mache, teile ich mit allen, die an der Besprechung teilnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.